Ja, ich hab's geschafft. Ich bin auch gut, ey. Mensch. Hast du heulen? Hallo? Komm runter und dann ist es gut, wa? Du denkst, ich habe nichts mehr versucht? Du denkst, es geht nicht an mich jeden Tag zu essen? Ich kann nicht, was passiert. Wenn ich seinen Platz hätte, hätte ich ihn. Ich wünsche, ich war derjenige auf dem Boden, nicht ihn. Und ja? Einige Enem sind aggressiv, aber andere wollen nicht gegen dich, aha. Oh, nee, oder? Wie ist denn eine hässliche Olle bei mir? Stirb! Stirb, stirb, stirb. Stirb, stirb. Warum stirbt ihr nicht? Ich haue ihr doch die ganze Zeit in die Fresse. Ich kann dich nicht verlieben, was du mit mir getan hast. Ja, halt's Maul, Alter. Alter, halt's Maul! Labern wir nicht die Backe dicht. Hoffentlich kommt gleich das Schweinevieh wieder und frisst dich. Sum, sum, sum. War es zum Titel so? Egal. Om, nom, nom. Ein Hirn. Ein Hirn. Ich hoffe, dass ich verstehe das nicht. Ich habe hier so die geile, komische Grafik. Ich weiß auch nicht, warum die Videos so schlecht ist. Auf meinem PC ist sie so gut, Mann. Pine Ward. Ich will die auch schön hoch auflösen, die Videos haben. Ich werde es irgendwann mal noch experimentieren. Diesmal nicht nach den Ferien, wenn ich mehr Zeit habe. Na Gott sei Dank bin ich die Olle los. Wie gesagt, also wenn ich, ähm... Ich werde es diesmal noch normal in HD hochladen. Oder ich kann ja einmal probieren. Du siehst, Freunde zu uns, Detektiv. Was ist die Message, die in dir sinkt? Nächstes Mal lade ich dann in einer anderen Qualität hoch. Ich versuch's einfach mal. Diesmal noch in der guten alten. Ich verstehe auch nicht, warum. Aber egal. Ich hoffe, ihr stört's nicht. Mich stört's irgendwie schon. Ah, Guest-Frapped-Klimatics. Jetzt verstehe ich. Naja, jedenfalls, äh, ja. Ich würde es gerne, wie gesagt, besser haben. Oh, grapisch, verletzt ihr das? Da, Schrank. Schön, ne? Ich rede wahrscheinlich auch gerade wieder viel zu schnell. Ich muss mich angewöhnen, langsam mehr zu reden. Ich habe keine Waffe. Wahrscheinlich werde ich gleich eine brauchen. Also nehme ich mir mal, äh, Brossel. Äh. Ich weiß nicht. Ich werde es nicht mit. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Also, weg damit. Ach, Mann, ey. Wie ich das wieder leiden kann, wa? Oh. Oh, oh. 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 Ach, Mann, ey. Oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Es hat gerade ewig gedauert. Ich bin in sowas immer total schlecht. Äh, open. Okay, okay, okay. Will you help him to do so? There are pieces to a puzzle that you must find. Assembling these pieces will bring you one step closer to solving the puzzle of catching me. Okay, it is a dangerous game, Detective. But the best games are always all. Okay. Äh. Der hat eine jetzt geblutet, wa? Hat sich... Was macht denn der da? Oh, der hat nicht besoffen am Klo einpennen. Das macht man nicht. Das ist unhöflich. Den anderen jästen je hinüber, wa? Äh. Aha. Um, 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 um. Wieder was zu naschen. Okay, ähm. Toilet, Serge. Was ist das denn? Gear! Oh, ich hab Gear gefunden. Maaah. Oder Gear. Gear, ey. Gear, ey. Gear, ey. Yo. Äh. Da geht's nichts verlangen? Äh. Eine Lampe? Nee. Ganz ehrlich? Nee. Mein Gear hab ich jetzt nicht umsonst ausgegeben. Aha. Ein Smiley. Es schneit. Äh. Es schneit. Es schneit. Kommt alle aus dem Haus. Die Welt. Die Welt. Sieht wie gepudert aus. Oder gezuckert. Die Welt ist schön. Oh, jetzt kommt wieder so eine Scheiße hier. Drei. Vier. Eins. Und die zwei zuletzt. Zwar. Helds Hypo und Audiotappe. Melissa. Sie solltest du das Tast, das ich vorhin gemacht habe. Detektiv Tapp. Ich offer dir eine Wahl. Bleib mit ihm. Vergiss ihn. Und du kannst beide helfen, sich zu überleben. Ich lasse ihn wieder. Und du wirst ihn nie wieder sehen. Ich lasse ihn wieder. Ich gehe da lang. Ich gehe oben lang. Ich gehe oben lang. Untertitelung des ZDF, 2020